eine APC Lusitana UKSL Sopran Ukulele mit einer Decke und einem Boden aus laminiertes Sapalele keine Ahnung wie das Holz heißt richtig aber sieht ganz niedlich aus finde ich und sie hat wie sich das für ein Sopran Ukulele gehört 12 Bünde bis zum Korpus und insgesamt hat sie 16 Bünde bespannte sie mit Aquila Sopran Alcat yeah baby lass mal klingen Bünde bis zum Korpus und bis zum Korpus und bis zum Korpus und bis zum Korpusja kidneys Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hey!